Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu Trials Fusion. Ich bin wieder in der Streckenzentrale unterwegs und versuche den nicht. Der war ja ein Fake-Dingens. Ich hoffe, ich finde noch ein paar, die wir noch nicht hatten. Weren Trials? Ne, Meier-Track-CP3? Nein, habe ich auch schon. Kronos? Das schaffe ich doch nicht. CP4? Nö. Oh mein Gott, Meier-Track-Hard. Ne, äh, Zero-Ritual habe ich auch. Mann, haben wir schon hier einen Haufen. Da hätte ich eine extreme Map. Ach komm, die probiere ich jetzt mal. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Meine extreme Map. Eine extreme Map. Probier mal einfach mal. Das muss doch. Glaub ich jetzt mal, dass das hinhauen könnte. Wenn er endlich mal die Strecke hier runtergeladen hat. Wenn ich hier schon ewig rumsuche und dann noch die Strecke... Ah, hallo? Hallo. Das war ja super. Wieso haut das bei manchen Tracks einfach nie hin? Ach, jetzt geht's. Jetzt geht's. Ist klar. Ohne runterladen. Ohne alles. Sofort haut es hin. Mhm. Hm, das glaub ich euch sofort. Oh, Motorboot. Oh. Da muss ich wohl am Anfang stehen bleiben. Hör. Ist ja mies. So. So. Motorboot muss man erst mal stehen bleiben. So. Irgendwann hier funzt bis jetzt relativ gut. Oh. Da fällt ihr alles um. Was soll denn das hier? Oh. Bleibt dran. Bleibt dran. Aha. Ich hab gesagt, bleibt dran, Junge. Ah, fuck. So. Nein! Da hebt er mir wieder ab. Was soll denn der Käse? Huch. So kann man es auch machen. Ah, fuck. Krieg ich es jetzt nicht mehr so gekonnt hin? Ah, scheiße. Da hätte ich ein bisschen mehr Schwung gebraucht. Ja. So. Jetzt komm doch. Das muss doch hier gehen. Dacht ich mir so. Aber sieht wohl nicht so aus. Die Stelle ist jetzt schon echt mies. Muss mal zugeben. Aber ich krieg das schon noch hin. So extrem ist jetzt die Stelle auch nicht. So. So. Jetzt aber. So. Da bin ich schon mal drüber. Und hier auch. So. Ich dachte, ich muss den Stein hoch. Ist ja mies. Ist ja echt mies. So. Da komm ich nicht hoch. So. So. Oh, schade. Beinahe hätte ich es gepackt. Ja. Nochmal hoch. Die ganze Kacke. Nein. Oh, fucking. Ich bin da, glaube ich, zu schnell unterwegs. So. So geht es. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Ah, fuck. So sollte es nicht sein. Aber so. Oh, nee. Doch nicht. Dann machen wir es so. Auch nicht. Dann so. Wieder dran vorbei. Ah, jetzt. Jetzt. Oh. Dachte ich schon. Aber doch nicht. Äh. Dann drehe ich mich zu weit. nicht. Mensch. So. Ah, Menno. Menno. Was mache ich denn? So. Jetzt aber. Oh. So. Eine Minute habe ich schon. Rückstand. Ist ja toll. Läuft ja super. Jetzt verkeile ich mich hier auch noch. Weil ich mich da einfach mal verkeile. Ist ja schön. Ui. Was soll denn der Kack? Alter. Alter Falter. Kann man ja gar nicht damit rechnen. Mit der Scheiße. Ja. Falter neben. Das sind so Stellen. Die kann man immer nur einmal probieren. Pro Crash. Weil wenn ich jetzt drauf lande. Wird nichts mehr passieren. Genau. Jetzt ist es. Muss man auch irgendwie richtig aufkommen. Ich weiß aber noch nie wie. Jetzt ist es ja. Alter. Nein. Ach Menno. Wieder nicht. Wie muss ich da drauf landen? Und was muss ich dann machen, wenn ich oben bin? Dann überdrehe ich mich. Mensch. Total assi. So. Jetzt bin ich hier drüber. Hör. Dann muss ich hier auf dem Ding balancieren. Auf dem Geländer. Alter. Immer diese Dynamitstangen. Wie super. Aber ich find's geil. Besetzt. Ja. Das war kurz vor der Detonation. Was mach ich denn hier eigentlich? No. Statt dass ich stehen bleib. Oh. Ich war so gut wie drüben. Mensch. Huch. Wieso hab ich da jetzt nochmal zurückgesetzt? Verstehe ich ab und an nicht, was ich hier mach. Ah. Menno. Mach doch hier anständig. Ah. Menno. Und nochmal. Ja. Oh. Fast. Fast. Also den ersten muss ich ruhig angehen. Na. Hab ich es nicht hinbekommen? Ja. Nochmal. Oh. Fuck. Mach's doch anständig hier. Ah. Nee. Dann verhakt sich mein Hinterrad kurz. Dass ich dadurch keinen Vortrieb mehr hatte. Dass ich den nächsten Jump hier nicht mach. Mensch. Mach das endlich mal so wie ich das will. So. Oder auch nicht. Er will nicht. Alter. Bah. Ich setze mich hier nochmal um. Ich bin total hüppelig auf meinem Stuhl hier gerade. Richtig mies. Ich bin total hüppelig auf meinem Stuhl hier. Nee. Nope. So geht's auch nicht. Oh. Oh. Muss ja natürlich alles stimmen. Timing. Geschwindigkeit. Sonst geht hier gar nix. Oh. Mach doch mal. Mama. So. Mama ist halt ganz gemütlich. So. Jetzt aber. Huh. Äh. Fällt es um? Oder fall ich da um? Ach. Muss ich den Schalter da oben betätigen? Wie soll ich an den denn rankommen? Ich hab ihn gedrückt. Oh. Bleib stehen. So. Nochmal erwischt. Aber ich bleib nicht stehen. Ah. Jetzt komm ich nicht ran. Jetzt bleib ich aber stehen. Mensch. Was soll der Käse? Ah. Menno. Der ist so hoch, der Scheiß-Schalter. Ah. Ne. Was drück ich denn? Ach. Egal. Strecke verlassen. Mensch. Bin ich behindert. Ich hätte sie beinahe geschafft. Mensch. Naja. Egal. Nächste Strecke. Die haben wir auch noch nicht. Ist eine schwere Strecke. Komm. Dancing with Firefly. Also. Mit. Äh. Glühwürmchen. Feierfleischen. Glaube ich Glühwürmchen waren das. Oder? Hm. Was heißt das nochmal übersetzt? Ich glaube, dass es Glühwürmchen waren. Die. Ja. Ja. Ich würde sagen, es waren Glühwürmchen. Alter. Mach doch mal. Alter. Mach doch mal. Das gibt's doch nicht. Hey. Da war eigentlich doch so gut wie drüben. Alter. Wie haben die das mit so wenig Fehler geschafft? Check ich nicht. Oder wird es dann wieder leichter? Einer der typischen Strecken da, wo alle dann wieder leichter wird. Äh. Äh. Nein. So. Nee. Ah. Schön mit dem Kopf angeschlagen. Bin doch gerade eben so schön zweimal hochgekommen. Ja. Oh ja. Ramm deinen Kopf in den Betonstein. Hoch. Ah. Menno. Bleib doch da oben. Bleib doch da oben. Jetzt kriege ich es wieder nicht mehr hin. Oh. Darf denn das wahr sein? Ja. So wird das natürlich nichts. Weil nach vorne kippen ist da nicht. Dass man das dann hinbekommt. Und. So. Nee. Oh. Buh. Vielleicht mit Schwung. Nein. Da bounce ich auch nur weg. Oh. Menno. Es sind so Arschlochstellen. Direkt so am Anfang. Wenn man sich denkt. Ja. Ich will gleich nicht mehr. So komme ich nicht rüber. Sehr schön. Ah. Da ist ein Checkpoint. Und hier nochmal einer. Geil. Das geht ja doch. Ja. Oh nö. Hätte ich vielleicht erst nach unten gemusst. Oh. Menno. Ja. Hm. Freut man sich so drüber. Dass man endlich rüberkommt. Oder dass man eigentlich gut rüberkommt. Und dann bleibt man mit dem Motor stecken. Ah. Ich kriege den Checkpoint nicht. Kann es denn die Möglichkeit sein. Dass ich hier nicht hochkomme. Ja. Kann es. Sehr gut sogar. Ich hatte drei Sekunden Vorsprung. Und die ist im Passé. Und natürlich auch wenige Fehler. So. Glaube ich zumindest. So. Oh. Da muss man hier mit Schwung rum. So. Ist ja doch zu Recht eine schwere Strecke. Oh. Checkpoint. Wie ich das Geräusch liebe. Wenn ich es bedingen mache. Ja. Die letzte Stelle. Goal. Ja. Nur 35 Sekunden. Zu langsam. Für die ganze Sache. So. Und. Drüber. Boah. Geschafft. Was war denn das jetzt. Wenn ich mich richtig bewege. Habe ich hinter mir. Einen. Weißen Strich. Okay. Achso. Ah. Das war sogar im Bild selber drin. Ich bin so verplant heute. Haben wir hier noch irgendwas kurzes. Für zwischendurch. Hit and Run habe ich schon. Avatar Jungle habe ich. Trials Mittel. Ach komm. Mach mal ne. Neueste mittlere. Neueste mittlere. So. Zwei Minuten. Äh. Say Stadium. Short. Eine Sekunde. Also Test Track. Dead Desert. Dead Desert. Fünf Sekunden dauert die Strecke. Verarscht ihr mich. Was sind denn das für Strecken? Fünf Sekunden Strecken. Äh. Hauptsache man hat mal eine Strecke gemacht. Oder hochgeladen. Für die ganze Community. Hui. Gib Gummi. Ne. Neen. 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 So. Okay. Ach komm. Die wiederholen wir. So. Ich bin immer noch zu langsam. Wiederholen. So. Immer noch zu langsam. Das gibt es ja nicht. Das geht schneller. Ich will schneller sein. Scheiße. Das verzerrt die Optik ein bisschen. So. Wieder zu langsam. Schade. Fünf Sekunden können fesseln. Na. Menno. Wieder zu langsam. Ja. Der war total kacke. Alter. Alter. Na ja. Ist ja Wurst. Muss ja nicht immer klappen. Nicht wirklich. So. Wir haben hier die Zeit schon wieder voll. RT. Es war eine Miniaturstrecke. Macht aber trotzdem komischerweise Spaß. Verstehe ich nicht. Aber egal. Egal. Ich bedanke mich für's Zusehen. Sage Tschau. Bis morgen.